Hier, hier, hier! Reicht ihm Säule in die Augen! Komm mit der Waffe! Meister, der Böse steht euch gut! Machen wir uns auf einen Weg! Es gibt Schändliches zu tun! Ich spüre, wie das Land vor Wurde erzittert. Ich bin Knarl, Schergenmeister und treuer Diener der Dunkelheit. Die Unschärfe wird vergehen und eure Muskeln werden wieder geschmeidig. Ihr habt sehr lange geschlafen. Diese Höhle ist die Brutgrube, Meister. Heimat und Geburtsort der Schergen. Nun, da ihr hier seid, könnt ihr Schergen durch dieses Schergenportal rufen. Seht euch die bösen Gesichtlein an, bereit auf euren Befehl zu pündern und zu zerstören. Fahren wir fort. Folgt mir, wenn ihr die Feinheiten des Kampfes und der Schergensteuerung kennenlernen wollt. Wenn ihr allerdings lieber gleich etwas zerschlagen wollt, treffen wir uns besser oben im Thronsaal. Eure Schergen folgen euch überlegen, Meister, solange ihr ihnen keine Aufgabe gebt. Als Oberlocht müsst ihr mehr tun, als Feuerbälle zu werfen und Chaos zu stimpfen. Das echte Böse braucht können. Und vielleicht ein bisschen machtlost. Ein Röschen ist wohl ein bisschen eingerostet. Unser Hofmann. Ich hätte ihn schon lange ins Jenseits befördern sollen. Lehrt ihn Respekt vor dem Hof erlaubt. Stopp! Ihr kitzelt mich! Das Kitzel! Nun, dort jetzt noch mal! Haltet euch nicht zurück! Ja, so langsam kommt es zurück. Das Böse vergisst man nicht einfach so. Schon Metallklumpen! Genau! So ist es richtig! Ja! 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 Oh, es wärmt mein dunkles Herz, sie so herumrennen zu sehen, wie sie versuchen, sich gegenseitig zu töten. Ruft eure Schergen zurück, Herr. Alle Schergen. Hey, Herr Overlord, zeigt mir, was Böse ist. Wenn ihr wollt, dass eure Schergen einen komplizierten Weg verfolgen, dann müsst ihr sie leiten. Was nicht ihr Böse? Overlord, total überschätzt. Lass die Nichten kommen, Herr. Lasst eure Schergen ausschwärmen. Ich wette, er nässt sich ein. Ja, Meister! Tomo! Alles tut mir weh! Ihr seid jetzt bereit, Meister. Folgt mir in den Tonsaal. Das Böse erledigt sich nicht von allein. Ihr könnt ihn gern noch ein wenig verprügeln. Lass mich in Ruhe, Herr. Muss mich erholen. Ein böser Turm braucht einen bösen Lachen, Herr. Euer Thron, Saal, Herr. Leider kann man heute keine Bastion des Bösen errichten, ohne dass elende Helden versuchen, sie zu zerstören. Der letzte Haufen war besonders lästig, hat einfach euren Vorgänger getötet. Jetzt seid ihr ja da. Das Böse findet immer einen Weg. Sie haben auch den Großteil des Turms zerstört. Das ist nur ein kleiner Rückschlag für die Kräfte des dunklen Herrn. Ihr seid der neue Overlord! Haut den Turm wieder auf, bestraft diese sogenannten Helden und errichtet ein dunkles Territorium. Dies ist das Turmportal, Herr. Leider viel, wenn ihr bereit seid, Herr. Tretet durch das Portal. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Ah, ihr habt das Tore schritten, Herr. Diese ruhige Wildnis, so ländlich und idyllisch. Ist das nicht abscheulich? Versucht nicht einzuatmen, Herr. Diese Tore sind alte, geheime Verbindungen zwischen eurem Turm und diesem Land, durch die ihr schergen. Vielleicht finden wir in dieser grünen Grässlichkeit auch einige unserer gestohlenen Turbobjekte. Die braunen Schergen sind die wichtigsten Kämpfer. Sie sterben gern für euch. Diese fauschigen Kreaturen wissen kaum, dass sie leben. Aber ihr könnt Lebenskraft aus ihnen ernten. Vergesst nicht, Lebenskraft entspricht Schergen. Kehrt zum Portal zurück, um weitere zu rufen. Vergesst nicht, Lebenskraft entspricht Schergen. Vergesst nicht, Lebenskraft entspricht Schergen. Geht nicht, Lebenskraft entspricht. Ihr müsst eure Armee aufbauen, Herr. Ruft am Turm weitere Schergen herbei. Hier kommen wir nicht weiter, aber gemeinsam sind wir stark. Schickt all eure Schergen zu dieser Säule, zusammen können sie sie bewegen. Auf ihr verbrauten Fleischklumpen, macht euren Meisterscheinz. Oh, Halblinge haben meine Farm übernommen, haben mich in der Sonne festgebunden. Jetzt haben sich die Kürbisse gegen mich verschworen. Sie wollen sich für all die Kuchen rächen und die Suppe, die ich gemacht habe, und die Eiscreme. Ich höre sie bei Nacht flüstern, aber die Halblinge bekommen meine Farm nicht. Oh nein, sie sind noch übler als die Kürbisse. Helft mir, meine Farm zurückzubekommen. Eure Kreaturen sind doch nicht mit Kürbissen verwandt, oder? Sie schreien, die Kürbisse schreien. Sie haben Angst. Zerstört sie, zerstört sie. Meine Farm. Naja, eine zerstörte Farm ist mir höher als eine, die da aufkommt. Wurde man sich auch schon, dass sie Kürbisse einladen. Das sind die Läden hier vor allem. Juhu, jetzt hat er. Ihr solltet besser mal losgehen. Der Pfad hinter meinem Haus führt nach Rauschingen. Ich wette, ihr trefft auch weitere von diesen fetten kleinen Dämonen. Also passt auf. Ich bleibe hier. Ich baue meine Faden wieder auf. Vielleicht rüge ich jetzt lieber Gurken. Ja, Gurkenring. Das wär schön. Die Scherge nehmen automatisch alles Nützliche mit, das sie finden. Und oft auch Unnützliches. Aber saugt euch nicht. Eure Waffen und eure Rüstung werden speziell für euch in der Schmiede hergestellt. Euch würden wir kein gestohlenes Zäum auftragen. Will ihr die Wolken, die von den toten Halblingen aufsteigen? Das ist böse Energie. Sie sammelt sich in allen bösen Geschöpfen. Ihr werdet noch mehr darüber hören. Das Turnherz. Die Halblinge müssen es zum Züchten von Kürbissen verwendet haben. Die kleinen Narren haben keine Ahnung von seiner Macht. Schafft ihr die Kürbissen aus den Augen. Und dann bringen wir es zurück in den Ton. Schön, vorsichtig. Die Nurkirien muss es vom Züchten von Kürbissen bewegen. So ist es aus. So ist es. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ermöglicht es euch, den Turm jederzeit aufzusuchen und bietet Zugang zu allen Ressourcen des Turms Und seht, es hat euch anscheinend eine kleine Gabe verliehen, Herr Ihr könnt jetzt zehn Schergen kontrollieren Und es scheint einen seiner Zauber behalten zu haben, den Fireball-Zauber Der robuste kleine Kerl hat es geschafft Ich werde euch später lehren, wie ihr ihn einsetzt Aber es ist unbedingt erforderlich, dass ihr weitere Atomobjekte findet Ein Kran wäre besonders praktisch Dann könnten wir hier aufräumen und einige Räume öffnen Leider bin ich nicht mehr der böse Kerl, der ich eigentlich...